Hi, ich bin der Roy, der alte Briter. Ich bin Fachmann für Sicherheitstechnik. Meine Hauptaufgaben sind die Wartung und Störungsbehebung von Alarmanlagen und Brennmeldeanlagen. Die drei wichtigsten Werkzeuge, die ich habe als Sicherheitstechniker, ist Auto, dass ich zur Kunde komme, mein iPad, dass ich die Aufträge abarbeiten kann und mein Programmierlaptop, dass ich in die Brennmelde, Einbruchmeldeanlage einwählen kann und alles prüfen kann. Ich bin Thomas, arbeite in der Videotechnik. Als Videotechniker, meine Aufgaben sind Kameras zu montieren sowie Rechner aufzustellen, zu reparieren und im Service sowie auch Neubauten oder Kundenumtreuung halt unter anderem, wenn irgendwas defekt ist oder Wartungen sind. Am meisten Spaß macht es mir, mit den Kunden auch zu arbeiten, vor Ort mit den Kunden zu reden. Die Technik selber an sich und auch gerne die Montage an den Neubauten oder auch das Tüfteln im Service, wenn man Probleme geben sollte, an dem Rechner herauszufinden, wo die Fehler liegen. Es ist ehrlich hier, es ist familiär hier und der Zusammenhalt ist auch sehr gut. Man ist frei, man setzt sich ins Auto, man fasst sein eigener her und allerdings auch. Aber es wird sich auch gegenseitig geholfen. Ja, ich auch als alter Hase kann nicht alles im Kopf haben. Wir haben die Telefonlisten von allen Technikern und da können wir immer am Lufen und da habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt und wir kriegen das immer hin. Also ich würde einfach vorbeikommen, so wie ich es auch gemacht habe, den Schnuppertag mitmachen und sich dann überlegen und einfach anfangen hier.